Kennen Sie das auch? Manchmal schleichen sich einfach ein paar Pfündchen zu viel auf die Hüften. Leider dauert es doppelt so lange, die Kilos wieder loszuwerden, als sie anzufuttern. Damit während der Diät die Lieblingshose und das Shirt trotzdem passen, gibt es einen kleinen Trick. Den Bauch-Weg-Gürtel. So fix lassen sich überflüssige Kilos kaschieren. Einfach den Gürtel anlegen und mit dem Klettverschluss fixieren. Durch den Verschluss lässt sich der Gürtel flexibel anpassen. Egal, wie sich Ihre Figur über die Jahre verändert, der Bauch-Weg-Gürtel wächst oder schrumpft einfach mit. Der Gürtel macht einen schönen flachen Bauch und betont die Taille. So lässt sich mancher Hosenknopf, der vorher nur mit Mühe zuging, nun wieder leicht schließen. Der flache Gürtel trägt nicht auf und verschwindet unsichtbar unter der Kleidung. So passen Ihre Lieblingssachen wieder wie angegossen, auch wenn Sie gerade einmal nicht Ihre Idealfigur haben. Selbst wenn Sie mit sich rundum zufrieden sind, profitieren Sie von einem positiven Nebeneffekt des Gürtels. Das elastische, hautfreundliche Neopren speichert Ihre Körperwärme und fördert die Durchblutung. Damit eignet sich der Gürtel auch optimal als Nierenwärme an kalten Tagen oder bei Verspannungen und Rückenschmerzen. Auch die großen Stars in Hollywood behelfen sich mit kleinen Tricks, um vor der Kamera blendend auszusehen. Das können Sie auch. Sie werden sehen. Wenn der Bauchweckgürtel Ihre Problemzonen kaschiert, werden Sie automatisch selbstbewusster und wirken damit strahlend schön.